Astro-Rebellin, Astro-Rebell, willkommen zurück bei 10 Stern Astrologie, dein astrologischer Kanal auf YouTube. Mein Name ist Emmanuel von 10 Stern. Ich bin dein astrologischer Lebensberater. Schön, dass du da bist. Schön, dass du diese Videos Monat für Monat verfolgst. Bevor ich mit der Prognose starte, möchte ich dich darauf hinweisen, diesen Kanal zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, damit du keine interessanten Beiträge in der Zukunft verpassen kannst. Und nun die Prognose. Hallo Steinbock! Zwischen dem 1. und dem 4. Februar startest du den Monat mit einem Sextil zwischen Merkur und Neptun. Am Monatsanfang solltest du dich möglicherweise vom Stress des Alltags zurückziehen. In der Kommunikation mit bestimmten Menschen wäre es vielleicht am besten etwas zurückhaltend zu sein. Deine geistige Klarheit könnte sich mit intuitiven Erkenntnissen verbinden, die dir dabei helfen, sowohl deine Lebensrichtung als auch deine Beziehungen besser zu verstehen. Am 5. hast du Merkur im Wassermann eingetreten. Bis zum 23. Februar könnte sich dein Fokus auf finanzielle Angelegenheiten und materielle Ressourcen richten. Du solltest innovative Ideen entwickeln, um deine Einnahmen zu steigern oder neue finanzielle Strategien zu erarbeiten. Danach, zwischen dem 6. und 8. hast du Venus, Trigon, Uranus, dieses Trigon wird überraschende Entwicklungen in deinen Beziehungen und kreativen Projekte bringen, neue und aufregende Verbindungen können mit diesem Aspekt entstehen. Flexibilität und Offenheit könnten dir helfen, jegliche Herausforderung zu meistern. Am 9. hast du einen neuen Mond im Wassermann. Dies ist eine günstige Zeit, um finanzielle Ziele zu setzen. Deine Finanzen und die Art und Weise, wie du mit ihnen umgehst, solltest du überdenken. Das wird dir erlauben, neue Ansätze für den Umgang mit Ressourcen zu entwickeln. Sei offen für neue Ideen, um finanzielle Stabilität zu bekommen. Am 10. und bis 12. des Monats hast du Merkur Quadrat Jupiter. Überlege surfältig, bevor du große Entscheidungen triffst, und prüfe alle Details gründlich. Eine gewisse Nervosität, Überforderung oder Aufregung werden sich an diesen Tagen spürbar machen. Daher empfiehlt es sich, Prioritäten zu setzen. Am 13. hast du Mars im Wassermann eingetreten. Bis zum 23. März wirst du motiviert sein, aktiv nach finanziellen Chancen suchen oder deinen materiellen Besitz, wirst du verteidigen. Achte darauf, dass du nicht zu impulsiv handelst, sondern deine Energie richtig einsetzt. Finanzielle Verluste können je nach Horoskop eintreten. Am 14. und bis 15. des Monats hast du Mars Konjunktion Pluto im Wassermann. Du könntest starken inneren Antrieb verspüren, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das kostet sehr viel Zeit oder viel Energie. Vermeide Machtspiele oder Konflikte in dieser Zeit. Wenn du mehr wissen möchtest, dann kannst du gerne eine astrologische Lebensberatung bei mir buchen und dann kann ich dir individualisierte Aussagen aussprechen. Am 6. hast du Venus im Wassermann eingetreten. Überraschende Entwicklungen sind während der zweiten Monatshälfte zu erwarten. Du könntest dich von traditionellen Erwartungen lösen und nach neuen Wegen suchen, persönliche Projekte zu verwirklichen. Danach, zwischen dem 17. und dem 23. hast du Venus Konjunktion Pluto im Wassermann. Sei bereit, versteckte Emotionen zu erkunden und positive Veränderungen in deiner Beziehung zu materiellen Dingen vorzunehmen. Zu großzügig mit Geld zu sein, das würde ich dir nicht empfehlen. Am 24. hast du einen Vollmond in der Jungfrau. Reisen oder Bildung könnten am Monatsende Schlüsselthemen sein, die zu persönlichen Entwicklungen führen. Und dann zum Schluss, zwischen dem 25. und dem 29. des Monats hast du Mars Quadrat Jupiter. Nutze diese Energie, um kreativere Wege zu finden, wie du deine finanziellen Ziele erreichen kannst. Und sei bereit, flexibel auf unvorhergesehene Herausforderungen zu sein. Lieber Steinbock, diese sind ganz, ganz allgemeine Aussagen. Du hast aber immer die Wahl, bei mir individualisierte Aussagen zu hören. In diesem Sinne bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen glücklichen Februar 2024.